Musik Jetzt kommt hier was zu essen. In der Küche ist doch bestimmt was zu essen. Oder hier? Hier irgendwie Weizen? Heißen die wirklich so? Äh, warte, ich geb dir mal Kettenstiefel. Ja, Moment, ich geh grad in, in, also nach unten in Esszimmer. Ah, ich find grad kein Essen. Scheiße, hier ist ein Zombie. Du hast, du hast doch Schwert. Wie viel Leben hast du denn noch? Herzen? Voll. Gut, ist schön. Ist gut. Okay, das tut gut. Ich brauch ein Essen. Ich find hier spawnen manchmal so mega viele. Ja, manchmal, eben hatte ich voll das Glück und hab gar keinen einzigen gefunden. Getroffen. Ah, ich hab ne Schüssel und einen Pilz. Ja, ja, gepär, 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 ich mach uns, mach dir ne Pilzsucker. Also, nicht uns, hier. Du brauchst die Pilze. Und ich hab einen Apfel und eine Melone. Das ist geil. Du kannst das alles selber essen. Warte, ich, gib mir bitte kurz die Schüssel. Und welche Farbe von Pilz hast du gefunden? Rot? Rot. Ja, geil. Das ist mega geil. Warte mal. Isst mal deine Sachen auf. Wie viel Coin hast du? Äh, viereinhalb. Isst die jetzt auch nochmal? Wie viel hast du jetzt? Zurückgeben, bitte. Ähm, mir fehlen noch zweieinhalb, dann hab ich voll. Okay, warte, mir fehlen noch drei. Darf ich dann die zweite Pilzsuppe essen? Ja. Warte, wie viel hattest du vorher? Wie viel bringt die Pilzsuppe? Rot? Äh, drei. Okay, das ist genau richtig. Ja, drei. Das ist richtig. Gut. Okay, teilen wir uns wieder ein bisschen auf. Nee, nee, nicht aufteilen, weil dann spawnen die Kisten nicht neu. Soll einer den anderen beschützen und der andere die Kisten ausräumen oder? Okay, nein, wir gehen hier einfach. Ja. Komm, weil sonst passiert das wieder, wie das mal passiert ist, dass einer stürmt. Ja, Rottenflash und Kakaobohnen. Warte mal, ich geb's mal einen Rottenflash. Ich glaube, hast du mir das gerade alles weggesnackt? Bei mir war ich vor dir, Annette. Wirklich? Bei mir nicht. Ah, das liegt ein bisschen am. Alter, ich wär hier fast gut. Da drüben müsst ihr mal ein bisschen drinnen. Ben, ist noch nicht mal Hungerverliftung. Mal Gold. Das ist noch nie. Noch nie? Scheiße. Weizvormis. Weizvormis. Ich komme. Alter, ich hab nur dreieinhalb Herzen. Loll, du bist tot. Ich hab noch ein halbes Herz. Wie geht das? Allzeit wandern. Loll, hier sind die Nische, hier sind die Nische. Fuck, ich bin auch tot. Ich dachte, da hinten geht's raus. Ohne Scheiß, ich dachte, wir schauen uns jetzt mal richtig gut. Ohne Scheiß, stopp dein Download. Du warst bei mir schon tot, bevor du bei dir tot warst. Ja, weiß ich auch, ich hatte mich dann tot gesehen. Achso. Ähm. Ich bin, äh, also, ah ne, auf der Unterrichtung bin ich ja gar nicht. Scheiße, wir hatten gerade so viele gute Sachen. Mist. Ich bin jetzt im Sumpf bei minus 3000. Ich bin jetzt bei 800, der jetzt nicht zur Hauptstadt gehen. Oh, das war gerade zu geil. Warum hast du mich getötet? Mein Scherz. Oh, Hauptsache, ich bin gerade voll zu dir gesprintet. Wo ich hätte noch ein Rückzieher machen können, aber dann hab ich gedacht, ja, du kannst da hinten rausgehen, aber da war eine Nische. Also, da war eine Nische und ich dachte, da geht's raus. Deswegen bin ich da hinten gewesen und die hat mich totgeschlagen. Sind da sind die anderen Zombie. Werden die Spieler kennt mich jetzt? Wollen wir nicht auch einen Break machen, weil wir haben jetzt drei Folgen. Haben wir nicht. Doch. Nein, haben wir wirklich nicht. Immer wieder Peace zeigen. Doch, guck auf die Uhr. Nein, wir haben doch erst um 20 nach 8 aufgehört. Ja. Äh, was denn? Ich bin im Sumpf und da hab ich die Stadt gefunden. Geil. Wir haben doch erst um 20 nach 8 aufgehört mit Adventure Map. Dann haben wir noch mal 10 Minuten gebraucht. Wir haben jetzt noch nicht mal zwei Folgen. Ganz ehrlich, komm nach minus 2900 und, ähm, 277, bitte. Hey, das verstehe ich jetzt nicht, weil da gibt's. Was machst du mal? Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Mach das. Das ist Romero. Achso, nee. Gut, ich hoffe mal, dass das noch tatsächlich ist. Bist du keine Kölschel? Ja, aber ich kann nicht zu dir kommen. Ich bin, wo bist du? Bei minus 2700 und 200. Nee, ich bin 3000 Blöcke von dir weg, das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Ich bin 3000 Blöcke von dir weg. Ich bin so eine Stadt, wo nie jemand ist und auch keine Zombies. Aber ich mag die Zombies, ehrlich gesagt, auch nicht. Ah, da warst du nur noch nie. Klar war ich da schon mal. Da wär schon mega oft, da bin ich immer von einem EZ-Trap-Zombie gestorben. Da warst du noch nie. Ich mag die gerne. Hast du ja nicht damals gelogen? Wirklich gelogen, als du gesagt hast, dass du schon mal einen Gantengeschüttet hast? Ich wirklich. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe nicht. Komm, ich sterbe nicht. Ja, ich hab's überlebt. Noch vor Ort, es ist verdammt, es gab leichtgekriegt. Boah, noch 400 Blöcke. 400 Blöcke noch. Nicht bei der Hauptstadt. Oh, das war eben bei der Burg so geil. Ohne Witz. Nein, es war scheiße. Ja, nee, aber ich hatte eigentlich fast volle Kettenrüstung. Und Eisenschwert und Bogen mit Schlag-Einstecke 2. Äh, Schlag-Einstecke 1. Oh, das wär geil gewesen. Das ist wirklich zwei Zombies verreckt. Wie viel Leben hattest du denn noch? Nein, das waren drei Zombies. Ich hab jetzt noch drei, äh, ich hab noch sieben Herz. Eben. Manche als in der Stadt. Du bist gegen eine Wand gelaufen. Kennst du das, wenn man gegen eine Wand läuft und dann nicht weiß, was hinter sich ist? Ja, das hatte ich ja auch. Ich bin da so, ich dachte, da geht's raus und dann bin ich in so eine Nische gelaufen. Die war nur ein Block groß. Ich dachte, da geht's raus und da habt ihr mich totgeschlagen. Ich hab sogar noch deinen Zombie gekillt. Da war noch ein Zombie übrig von den dreien. Das ist scheiße, ne? Ja. Alter, scheiße, it's a trap. Ja, hab ich doch gesagt, da ist einer. Und der hat mich auch dauernd gekillt. Zwei in so einem komischen Haus, äh, wo so rechts und links waren, ne? So ein breiter Eingang, oder? Hm, drei Blöcke oder vier. Jaja, das ist der. Ja, ich bin mal 2500 bei der Hafenstadt, glaub ich. 2500? Dann musst du, du musst zu 1700. Dann bist du auch da, wo ich gleich bin. Ich bin jetzt bei 1500. Komm, Lennart. Das schaffen wir. Boah, ehrlich, ich kann da irgendwie den Regen ausmachen. Ich mach mich sogar manchmal. So. Ja, ich bin nicht da. Noch 100 Blöcke. 150 Blöcke. Auf dem Berg ist es. Alter, ich hab noch drei Herzen. Alter, ich hab grad einen Zombie von einem Mongo gekillt. Und jetzt hat der nichts gedroppt, irgendwie. Hä? Jo, ein Zepilon rocked, äh, rocked out to some rocked zombie. Geschäblich. Geil, 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 geil. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ja, erstmal gegen den Baum laufen. Also, wo war die Hauptstadt? 1700 und 400. Ich geh mal ein bisschen hier farmen, erstmal. Okidoki. Alter, wie kann auf einem Baum ein Zombie sein? Er ist so der, da war ein Baum. Ich guck hoch, lol ist er ein Zombie, fällt der runter, steht vor mir. Bist du tot? Nein. Aber ich hab jetzt noch, na, ich bin tot. Ja, 1350. Geil. Wo war das so? Bei 1700 und 400. Ok, treffen wir uns da, in der Stadt. Kann ich wahrscheinlich auch gleich sofort sagen. Da kann ich mal dein Skin ändern, der sieht ein bisschen komisch aus. Ja, was soll ich denn sonst für einen Skin nehmen? Soll ich den auch wieder selbst bestellen, aber was dann? Nein, lass mich das machen, oder, ähm, nimm einen aus dem Internet. Aber ich will keine Ahnung mit Internet. Und kann ich hier mal ein Tech-Shirt-Pack machen? Ja? Du hast doch ein Tech-Shirt-Pack mir gemacht, aber, obwohl, nicht selbst erstellt. Ich hab benutzt was. Scheiße. Toll, jetzt kommt dieser komische Zombie. Benutz das gleich mal an Minecraft-Let's-Player. Ja, kann ich mal ein bisschen machen. Ich glaub, ich guck gleich was. Geil! Ey, ey, ich brauch nur noch ne Schere, dann hab ich alles zum Managieren. So, jetzt hab ich sogar zwei Rosenrot. Ich komm von dem Eingang, du weißt schon, an diesem Bauernhof, an diesem Hof, ne? Bist du schon da? Ja. Geil, warte, ich komme. Ich bin direkt beim Eingang. Du weißt ja, wo dieser komische Bauernhof ist. Achtung, du lockst gerade ein paar Zombies an, ne? Übrigens ist da nichts drin. Achtung, Lerd. Ein paar, mehrere? Ja, hier, ich vermüge mir gerade den anderen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab noch vier Herzen. Ja, warte. Hast du einen Schere? Ne, nur Bandage. Wie viele hast du? Eine. Nimm dir ein. Okay, jetzt hab ich noch fünf Herzen. Warte, warte, Lerd, stell dich mal hier hin. Lerd, komm mal zurück. Hier ist eine Bandage und ein Rosenrot für dich. Wenn wir gleich eine Schere haben, wenn wir sogar zwei Scheren kriegen, kann wir immer... Du musst die Bandage nicht einnehmen. Hast du die jetzt eingenommen? Ja. Ach, schau. Ich hab die ins Inventar getan. Achso, ja, gut. Okay, gehen wir bitte gemeinsam, ja? Ja, klar. Oh, erst mal in die Kirche. Nein, da war ich gerade. Da ist nichts mehr. Okay, Kirche. Kirche, Kirche, Kirche. Die ist in der Mitte, ne? Die ist hier. Ah, da ist eine Truhe. Warte, 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 warte. Na, verrotzt ist es vielleicht. Hier sind gerade voll keine Spieler. Komm mal hier hin. Keine Kieselette. Keine Kieselette. Komm mal hier hin. Hier sind zwei Kisten. Eine hab ich schon ausgeräumt. Hier ist DDG online. Ja, ich hab hellgrünen Farbstoff. Achso, Lerd, hast du, äh, äh... Ich hab gerade Vergiftung. Was? Kannst du mir geben? Was für Vergiftung? Hungervergiftung. Achso, warte. Äh, nein, kann man nicht geben. Bei Hungervergiftung. Loh? Wo ist die Kirche? Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Sterb! Dank. Nein! Böse Zombie. Okay, davon ist doch... Achso, Lerd, hinter dir! Hinter dir! Zombie! Da ist ein Spieler. Ja, ja, warte, nicht töten, nicht töten. Ich glaub, er ist friedlich. Der wird grad vom Zombie verkloppt. Wo bist du, der Herr? Da. Ich freu' mir grad Kisten. Ich zeig dir mal Pies. Geil Bandage. Bandage, das gut. Ich stell die ein. Ich hab zwei Bandagen jetzt. Gut. Ist gut, ist gut. Das noch eine Kiste. Ich hab drei Bandagen. Alter, mein Holzschwein ist kaputt. Hier ist noch Rüstung für dich. Rüstung, Kappe, hier ist noch Kopp für mich. Hast du den Spieler getötet? Nein, hab ich nicht. Boah, hör dir mal auf den Scheiß. Lol, ich bin wirklich verschwunden. Achso, das ist ein Zombie. Köche. Warte, bitte den Mann, die Scheiße, die Scheiße, die Scheiße. Ich hab kein Schwert. Lär. So, jetzt rückwärtschert. Ich muss es kurz aus mir in den Tauern. Leutenswerten. Kirche, 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 Kirche. Ich geh vor zur Kirche. Leut, komm. Leut, komm. Wo ist die Kirche? Wo ist die Kirche? Ich vergesse immer, wo die Kirche ist. Warte. Die ist da vorne. Wo? Wo bist du? Nicht immer springen. Nicht immer rennen. Ich lockst du zum Beispiel an. Wo das Kreuz ist, oder? Nein, der Spieler war da drin. Das sind zwei Spieler. Die haben die leer geräumt. Egal, warte. Nee, es liegt. 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 Ja, geil. Achso, hinter dir. Hinter dir. Mein Schwerd ist kaputt. Ich hab noch zwei Herzen. Wir brauchen sofort. Halt dran. Ja. Ich brauche Halt dran. Ben, Kirche ist leer. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich geh von hinten. Achtung, Lert. Ich hab kein Schwert mehr. Lol. Fuck. Lert, Lert, Lert. Spiel der Zombie. Boah, ein Schwert, ehrlich. Scheiße. Fuck. Können wir bitte einen Break machen? Stopp. Wir haben gerade so einen schlechten Run, ey. Stopp. Zwei verpatzte Chancen. Ich bin noch am Leben. Ich lebe noch. Ich hab kein Schwert, aber ich lebe noch. Rottenfleisch. Ja, denkst du, du überlebst das ohne ein Schwert bei den ganzen Spielern? Das weiß ich nicht. Ich gucke mal. Komm, komm, lass hier eine Kiste auftauchen. Bitte. Dein Spieler wurde gerade getötet, dein Zombie.